GAME OVER Und haste nicht gesehen Und äh Ja Soviel erstmal dazu Ich kenn mich auf dieser Karte Nur ganz wenig aus Und Äh Da drüben sitze Okay 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 Da drüben sind drei Leute Okay Ja Kommt da vorbei Ah Da ist er ja Ja G3A3 Ist so klar Here we go Dann Versuchen wir es halt nochmal War Ich hoffe nur Dass mir jetzt hier keiner um die Ecke kommt Ah Schuss Von wo Äh Wie nur ein Hit Alter Ja Ist klar Alter Habt ihr das gerade gesehen Das geht doch gar nicht Äh Ja Ah Soviel dazu Also ich weiß nicht was ich von dieser Karte halten soll Die ist ja auf jeden Fall Schon mal Oh rein optisch Mir ist hier mal ja nicht so schlecht Mag ich ja auch irgendwie Auf jeden Fall Sehr verzweigt hier Ja Mit Ey Wollt ihr mich verarschen Alter Wie kam man denn Wie Jete Nee Kann ich nicht zusagen Weiß ich nicht was ich dazu sagen soll Alter Das ist doch nicht normal Wer soll denn bitte hier überleben Und schon gar nicht weil man von überall beschossen wird Ja Du bist da hinten gestorben Ist mir eigentlich scheißegal gerade Ja Definitiv Okay Okay Einen hab ich Was Hit nur Never Alter Okay Schnell nachladen Bevor die nächsten um die Ecke kommen Okay Ich lad mal die Knappe auch lieber wieder nach Schnell So Zack So Und gleich weiter hier Rand hier Ja Ja Ganz klarer Fall Ganz klarer Fall Ey Die fucking Sonne hat mich gerade übelst geblendet Auf was schießt er denn bitte Äh Ja Mal weiteren Mal Ist nicht dein Ja genau Alter Okay Hab ich Okay Okay Da drüben ist aber noch einer irgendwo Und ich seh ihn nicht Ich wollt schon sagen Alter Das waren drei Hits gerade gewesen Na 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 Ist er denn hier um die Ecke da Der ist tot Boah alter Ist nicht dein Ernst Okay Ich geh mal lieber hier lang War War jeweils Okay Aber die Map Äh Die ist schon Oh Erdbeam Erdbeam Oh 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 Allah Bloß Ja Erdbeam unter ein Haus zu gehen Ist sehr schlau Auf jeden Fall Macht ja auch gerade total Sinn Äh Ich hab Steps Steps Von wo Wow Wow Er beschießt mich Was ist das für ein Trick gerade gewesen Oh Laserpointer Laserpointer Ist nicht dein Ernst Alter Okay Okay hab ich Kleine kurze Feuerstöße sind am präzisesten Wenn ich Pech habe Ich versuch die mal um zum Laufen Mal gucken ob das funktioniert Mal gucken ob die mich dabei erwischen Oder ob ich dabei ins Gras beiche Kann ich Da kann ich nicht lang Okay Steps Ich hab Steps Und das sind nicht meine Der schießt von hier unten irgendwo Ah kik mal hier ist er Ah Ha 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 Kleine Bitch So Wo sind sie denn hier alle Immer vorsichtig voranschreiten Immer vorsichtig Immer Von der einen Deckung zur anderen gehen Da oben war doch gerade auch noch einer gewesen Oder täusch ich mich Ah da drüben ist er Ah zu langsam Scheiße Kacke alter Übelst gefällt Wow Alter Schreck mich doch nicht so Der Kopf Bin ich mit dem Granatwerfer oder alter Jetzt müsste ich nur davon wissen Von wo er kommt Kann ich hier durchgucken Kann ich nicht Scheiße Kacke 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 Wow Doch da drüben ist er Ah kielhilfe So ne scheiße Ja ich komm Ey Ich will hier raus Hallo Oh Erdbeam Erdbeam Nachbeam 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 Äh leg die mal bitte um Hallo Hast du den Wegs erwischt Ja hat er Echt Also die Gasse ist sehr gefährlich hier Das ist hier sehr gefährlich Genau das meine ich Genau das meine ich Genau das meine ich Das ist richtig gefährlich Genau das habe ich doch gerade gemeint Äh wo steht Wo steht Ach hier starte ich Ah 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 ok Ok hier starte ich Äh was Drei Leute Wow Granate Ja genau Ist klar Wie geht denn sowas bitte Ja Äh Ja Definitiv Nerd Jut ok Weiß ich Bescheid Die Fotzen wollen das Unbedingt wissen Können sie gerne haben Äh What the heck Alter Das war jetzt keine Claymore oder Äh hier vorne ist gerade Eine Lanke rein Und zwar da Nope Na schade Ich wollte eigentlich messern Aber irgendwie Hat er sich dann halt doch Strick gegen geweigert Ja manche Leute Lassen sich halt nicht einfach so messern Warte das ist halt blöd Ja ok Er hat ihn Ja Weiter rein Weiter rein Weiter rein Mich würde mal interessieren Wie mein Sturmsoldat Eigentlich aussieht Weil auf den Anderen Maps Also hier sind ja die Diese Versorger Spastis ja ganz anders aus Als auf Den richtigen Maps Hier Oh 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 Hier drüben ist jeder Da drüben ist er Hab ich Ein Ok 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 Da ist doch noch einer Man es kommt immer noch Ein zweiter dazu Meine Fresse Ja revive ihn Ok so sieht einmal So mein steils Sturmsoldat aus Ok Erdbämm 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 Oh mein Gott Äh Hier geht's ja lang Juh Dann gehen wir mal hier lang Mal gucken Äh Ist nicht Ok Will er nicht haben Ok Sauber Ungeniet Ah da ist noch einer Hab ich auch Ne hab ich nicht Scheiße Killhilfe Ah von hinten Von hinten Die Schweine Alter Wow Idiot Alter Jetzt ist der Meine Nate Weggerannt Na wie blöd muss man denn sein Alter Wow 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 Schild mal alle Alter Schild mal eure Base Halt Steps Ok das sind von ihm Ah hier schießt irgendjemand Und hier stirbt auch gerade irgendjemand Das hat sich sehr schmerzvoll gerade angehört Wow Zwei Leute Drei Leute Alter Drei Leute Ja mit drei Leuten kann ich mich nicht gleichzeitig anlegen War blöd War kacke War kacke War kacke Konnte ich nicht machen Tut mir außerordentlich leid Ja war blöd Aber ok Aber ok Aber die Map ist eigentlich relativ cool Finde ich schon mal nice Ich hab es nicht gegen die Map Ist mal was anderes Ist nicht mal so was wie Operation Firestorm Oder Sane Crossing Oder Metro Und da drüben ist einer Ich hab dich trotzdem gesehen Auch wenn ich mir eine Rauchnade hier hinwirf So die Nate werbe ich mal da hinten hin Warte In Hoffnung dass ich die treffe Hab ich Oh Oh Ja Wie ja was Hab ich gesagt Es ist jedes mal das gleiche Es kommt immer irgendeiner Irgendein anderer dazu Hier sind da Oh Ey der hat Munition Oh der ist gut Ja er snipert hier rum Auf so einer Map Rumsnipern Also ich weiß nicht Ob das irgendwie Ein bisschen Sinn macht Also kann ich mir nicht Ehrlich gesagt vorstellen Ja er legt mich drei Mit zwei Schüsse um Was ist denn das Für ein Trick alter Ja definitiv erwischt Spot ihn Spot ihn Wo ist er Spot ihn Ja und wieder von der Seite Mann ich darf Ey Ich darf mich nicht zu lange Auf einer Stelle bewegen Also beziehungsweise Stehen bleiben Darf ich einfach nicht Das macht einfach nur Macht keinen Sinn Weil es einfach nur blöd ist Weil wie gesagt Ich sag's gerne nochmal Ein stationäres Ziel Ist viel leichter zu treffen Als ein bewegliches Ah Wo kommt er denn her Ja genau Alter Keine Sau liegt ihn um Mann Mann die und ihre Verfickten Rauchgranaten Alter Das fuckt er Ja immer so ab Alter Danke Wird umlegen Weil es ja keine andere macht Okay ich geh mal lieber Hier lang Oh 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 Immer mit der Ruhe Immer mit der Ruhe Wer schießt denn hier auf mich Was ist das für ein Trick Alter Genau Alter Wie geht denn sowas bitte Ja Wie kann er mich denn von da aus treffen Was hab ich denn hier für ein Verbindertes Team Ja Alter Das waren drei Hits Drei Hits Wie geht denn sowas Alter Ja Ganz klarer Fall Wo ist er denn Ja Wo lag da vorhin noch einer Der ist doch Er sagt mir jetzt nicht Dass der weg ist Der ist tot Ja Ist klar Ja Definitiv Alter Die sehen mich halt Aller instant Ohne irgendwas Wie geht das Ne Mir reicht jetzt Ich snipe jetzt hier rum Wie ein bekloppt Ist mir zu blöd Ist mir zu blöd Ist mir zu blöd Taglight Ne Ich mach kein Taglight Ich mach auch kein Schalldämpfer Ja Das reicht Sekundär Zubehör Ja Ist klar Alter Seit wann hat denn die SGA so viel Schuss Alter Die hat doch nur 21 Ich verstehe das nicht Mann Ich verstehe das einfach nicht Wo ist denn die Die SGA Mal gucken wie die so ist Anpassen Ausrüstung Was ist denn da drauf Alles Äh Ballistiker Ne Ist auf keinen Fall Alter Geht ja mal gar nicht Klar ja Ach so sieht mein Sturmseltat aus Okay Ey Ich habe nur noch Minus gemacht Jetzt hier Ich mach nicht mal Ich mach nicht mal Wirklich plus Ich bin zwar an erster Stelle Meines Teams Weil die so blöde sind Für irgendwas Aber irgendwie Ich wollte schon sagen Alter Ja Riesenameise So sieht der Mama auch aus Er wollte mich nicht gerade Schon wieder rauchbacken Oder Ja Und wieder von hinten Ey ich kriege die Fresse Nicht zu Alter Ja Der legt hier alles Alleine um Alter Und keiner hält ihn auf Und keiner Äh warum Warum werden die nicht gespottet Das verstehe ich erst mal recht nicht Das verstehe ich erst recht nicht Warum werden die nicht gespottet Oh ich war der erste Der ihn gerafft hat Na kommst du noch Hawaii hier Ja ist klar Alter Ja okay Egal Runde ist vorbei Ich hab keinen Bock mehr Auf Wiedersehen Haut da rein Und ich hab noch nie Und ich hab noch nie Das verstehe ich noch